Moin Leute, mein Name ist Koi und hier folgt der zweite Teil zu der Shock Nova Elementaristin mit dem einzigartigen Ring der Astralen Projektion. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was das alles soll, schaut euch den ersten Teil an, dort erkläre ich die Grundprinzipien und Ideen des Bilds. Außerdem ist nun auch der geschriebene Guide fertig, dort sind die Hauptmechaniken auch nochmal erklärt und die Ausrüstung etc. verlinkt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Shock Nova hat mir beim Leveln ja schon sehr viel Spaß gemacht und auch schadenstechnisch überzeugt und das hielt auch noch ein Weilchen an. Wie das allerdings bei so selbst zaubernden Builds ist, wird ab einem gewissen Punkt etwas mehr Investment nötig, um im späten Endgame die Bosse noch problemlos niederzuschmelzen. Dabei rede ich wirklich von den Endbossen, die ganzen Wächter etc. Map-Bosse generell sind auch bei geringerem Investment nicht wirklich ein Problem. Falls ihr überlegt, den Bild als Leakstarter zu spielen, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube zwar, dass man damit gut durch die Story kommen wird, aber spätestens in den roten Maps mit der zu Leakstart ja meistmäßigen Ausrüstung wird wohl die Luft ausgehen. Mal abgesehen davon, dass der Bild erst so richtig viel Spaß macht, wenn man die Impulser Brustrüstung hat, damit die Gegner schön explodieren. Das ist also eher ein zweiter oder dritter Charakter. Defensiv gehen wir auf eine hohe Blockchance und die Golem-Buffs. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass die Defensive etwas besser ist. Sie ist nicht wirklich schlecht, aber gerade die Ultimatum-Sachen sind schon echt anstrengend. Der größte Nachteil ist wohl einfach die Tatsache, dass wir länger stehen bleiben müssen, um den maximalen Schaden rauszuholen. Und stehen bleiben ist in diesem Spiel einfach tödlich. Dennoch habe ich mit diesem Bild selbst meinen Lieblingsboss, den Uber Elder, letztens im Stream gelegt. Es ist also jeglicher Content soweit machbar. Die Stärke liegt aber definitiv im Spielgefühl beim generellen Meppen oder auch in der Mine, wenn ganze Gegnergruppen explodieren. Das ist und bleibt das Spaßigste am ganzen Spiel für mich, weswegen ich auch sehr gerne Blighted-Maps mit dem Bild gemacht habe. Aber gut, die mache ich prinzipiell auch einfach sehr gern. Kommen wir nun zur Endgame-Ausrüstung und zum passiven Baum. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, fangen wir also mit dem Haupt-Setup an. Das ist immer noch die Shock Nova, jetzt natürlich Level 21. Es gibt keine Wahl-Schock Nova, deswegen einfach nur Shock Nova. Und Shock Nova macht, wie gesagt, quasi zweimal Schaden. Einmal durch die Nova selbst und dann nochmal dieser Ring, der entsteht. Und es scheint wirklich so zu sein, dass wir die meisten Schaden machen, dort wo diese Runen sind. Das ist natürlich relativ schwer zu zielen, weil man auch kaum was sieht und dann gerade noch im Gefecht. Aber man merkt deutlich einen Unterschied, wo sich der Gegner quasi innerhalb dieses Rings irgendwie aufhält. Ganz in der Mitte machen wir nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Und an den Runen schon mehr. Ihr müsst das quasi mal selbst ausprobieren. Ihr merkt das schon, dass dann irgendwie ein bisschen mehr Schaden plötzlich bei rumkommt. Es ist aber trotzdem schwer zu zielen, auch mit diesem Ring ist es trotzdem noch schwer zu zielen. Deswegen, naja. Shock Nova ist verlinkt mit Inspiration, hier mit der abweichenden Unterstützung. Das heißt, wir haben hier eine alternative Qualität, die die Mana-Kosten noch weiter verringert durch die Qualität. Das hilft uns eben, dass wir auch jetzt quasi in diesem Setup, wie ich es jetzt habe, dauerhaft Shock Nova wirken können, ohne dass wir Mana verlieren. Wir brauchen also auch keine Mana-Flasche mehr, was eben immer sehr, sehr nützlich ist, finde ich. Dann ist das noch verlinkt mit Intensivieren. Das sorgt eben dafür, dass wir diese Intensitätsladungen kriegen, wodurch Shock Nova kleiner wird, dafür aber mehr Schaden macht. Und wenn wir diese Ladung nicht haben, haben wir mehr Fläche und treffen also auch mehr Gegner. Und wenn wir dann eben stehen bleiben und öfter wirken, kriegen wir Intensität und dann machen wir auch mehr Schaden. Ist eben gut für Bosse. Dann haben wir konzentrierte Wirkung drin, dafür noch mehr Flächenschaden. Auch wieder hier ein kleiner Wirkungsbereich. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir hier natürlich nochmal durch Intensivieren nochmal verkrösserten Wirkungsbereich kriegen. Und dann eben noch mehr Flächenschaden. Dann 54% ist eine Menge. Dann haben wir noch Zauberecho drin. Das habe ich noch von meinem letzten Bild. Das muss nicht Erweckt sein. Erweckt ist natürlich schön, wenn man es hat. Ist sehr teuer. Lohnt sich nicht für den Preis. Nur wenn ihr wirklich gar nicht mehr wisst, wer mit eurem Geld, dann könnt ihr euch noch die Erweckte-Unterschützung holen von Zauberecho. Ansonsten das normale Zauberecho reicht auch, damit wir eben schneller zaubern können. Und zusätzlicher Blitzschaden, hier die Erweckte-Unterschützung, die lohnt sich durchaus und ist auch nicht so teuer, weil dadurch eben die Schocknummer nochmal ein Level dazukriegt und generell einfach Blitzschaden hinzugefügt wird. Das Ganze in der Impulsas gebrochenes Herzbrustrüstung, die eben dafür sorgt, dass Gegner, die wir schocken, explodieren und auch nochmal Blitzschaden um sie herum zuführen. Das sorgt eben für ein sehr gutes Spielgefühl. Vor allem in Kombination mit diesen Handschuhen, Geschenk des Sturms. Durch euch verursachte Schocks übertragen sich auf andere Gegner innerhalb eines Radius. Damit verketten sich quasi so ein bisschen die Explosionen und es explodiert gleich noch mehr auf einmal. Das fühlt sich für die Clear in den Maps perfekt an. Ich halte diese Handschuhe jetzt nicht, weil ich eben für den Bossschaden nochmal ein bisschen was anderes genommen habe. Für noch mehr Bossschaden. Dadurch haben wir jetzt eine etwas geringere Clear. Es explodiert nicht mehr alles. Mit diesen Handschuhen explodiert aber alles. Das heißt also, wenn ihr sowieso nicht so viel auf Bosse gehen wollt, nutzt ruhig den Geschenk des Sturms. Diese Handschuhe. Dadurch ist das Spielgefühl auch nochmal extremst besser und geiler. Kommen wir gleich zu den Handschuhen. Hier drin ist Zorn, Erleuchtung, Klarheit und arktische Rüstung. Zorn nehmen wir für mehr Blitzschaden mit Zaubern. Dann haben wir hier Klarheit für Mana-Regeneration. Ist sogar auf Stufe 20. Damit wir, wie gesagt, eben keine Mana-Flasche brauchen. Ihr könnt natürlich auch mit einer Mana-Flasche spielen. Dann braucht ihr Klarheit wahrscheinlich nicht und könnt ihr eine andere Aura mit reinnehmen. Funktioniert auch. Ich habe mich jetzt aber mal so entschieden. Und arktische Rüstung. Sorgt einfach nochmal für ein bisschen defensiver. Wenn wir stehen bleiben und wir bleiben nun mal stehen, um zu zaubern. Gerade wenn wir viel zaubern wollen, bleiben wir halt lange stehen. Und dann kriegen wir nochmal weniger physischen Schaden und weniger Feuerschaden. Außerdem unterkühlen wir Gegner, die uns treffen. Was auch nochmal ganz nett ist. Das Ganze wird eine Erleuchtungs-Gem unterstützt. Damit die ganzen Auren nicht so viel Mana verbrauchen. Damit wir die auch ja alle hier wirken können. Das muss nicht zwingend Stufe 4 sein. Stufe 3 reicht auch. Aber mindestens Stufe 3 soll sie schon sein. Und dann bei den Handschuhen an sich. Das sind fingerlose Seitenhandschuhe. Die haben als impliziten Multiplikator nochmal erhöhten Zauberschaden. Was ganz Gutes. Und hier ging es mir persönlich jetzt erstmal um Leben. Und dann Todesstoß. Todesstoß bedeutet, wenn wir Bossgegner oder generell Gegner treffen, die weniger als 10% ihres maximalen Lebens haben, sterben die dann sofort mit dem nächsten Treffer. Und wir haben hier nochmal die Chance, Gegner bei Treffer für 4 Sekunden zu entmutigen. Und entmutigte Gegner erleiden auch nochmal 10% erhöhten Zauberschaden. Das ist eben gut für Bosse. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ansonsten achtet ihr wie immer auf Leben, Widerstände und Attribute. Oder am besten ihr nehmt Geschenk des Sturms. Dann in den Waffen ist die Gewittersphäre mit Arcane Wurge und Energieladung bei krimischen Treffer. Arcane Wurge belasten wir glaube ich hier direkt auf Level 1. Das ist, damit wir jedes Mal, wenn wir die Gewittersphäre nutzen, die wir quasi immer nutzen, konstant nutze ich die. Also ich wirke immer Q, egal wo ich bin, immer mal zwischendurch Q wirken. Die hat auch eine sehr schnelle Zauberzeit. Das passt also. Und dann kriegen wir jedes Mal auch den Arcane Wurgebuff, der uns auch nochmal mehr Zauberschaden gibt. Zaubergeschwindigkeit und Mana-Regeneration. Und dann eben noch Energieladung bei krimischen Treffer. Das heißt, sobald die Gewittersphäre kritisch trifft, kriegen wir Energieladung, die uns generell nochmal pro Ladung 40% erhöhte krimische Trefferchance geben. Auch für unsere Shocknova. Beim Zauberstab an sich, ihr wollt Zauberschaden, Blitzschaden, Zaubergeschwindigkeit, kritische Treffer für Zauber und globaler kritische Treffer Multiplikator. Am allerbesten wäre es jetzt noch, wenn hier noch drauf wäre, plus 1 zu einem Blitzfertigkeiten, beziehungsweise zu einem Blitz zaubern oder zu einem Zaubern generell. Wäre natürlich jetzt noch optimal, habe ich jetzt nicht. Ist nicht so schlimm, ist aber auch ein Mod, den man gerne hat. Und ich habe jetzt wieder die Chance, den doppelten Schaden zu verursachen, während wir fokussiert sind. Ich habe das hier auf R, diesen Fokusknopf. Wenn ich den drücke, habe ich für vier Sekunden lang die Chance, doppelten Schaden zu machen. Braucht man nicht zwingend, aber habe ich jetzt nochmal so genommen. Dieses Focusing habe ich hier auch nochmal drauf, mit diesen zusätzlichen physischen Schadensmitteln, während ihr fokussiert seid. So können wir dann auch durchaus mal stehen bleiben und Schaden machen und kriegen nicht so viel Schaden ab. Wir sind nicht so tanky, wir sind jetzt aber auch nicht so schwach auf der Brust. Das ist so ein Mittelding, aber wir müssen uns schon immer mal bewegen. Und dieser Fokus hilft eben, damit wir uns mal kurz nicht bewegen müssen. Soweit also zum Zauberstab. Beim Schild habe ich einfach nur ein Schild mit sehr viel Leben. Und was ich unbedingt haben wollte, ist, stellt 5% des Lebens wieder her, wenn ihr blockt. Ansonsten, Zauberschaden, Zaubergeschwindigkeit, Bitschaden, quasi dasselbe wie auf dem Zauberstab, wollt ihr auch auf dem Schild ansonsten haben, ist natürlich sehr schwer. Also in erster Linie sehr viel Leben und diese stellt 5% Leben wieder her, wenn ihr blockt, ist sehr, sehr nützlich, weil wir natürlich sehr viel blocken. Das habe ich tatsächlich auch selbst gecraftet, das ist gar nicht so schwer. Ich habe mir einfach die Basis geholt, also hier ein Schöpfer-Schild mit Item Level 85. Und dann habe ich einfach nur ganz viele von den ätherischen und den, wo sind sie, unversehrten Fossilen genommen, also die beiden zusammen in hier so einem wirkungsvollen, chaotischen Resonator und habe das so lange draufgerauen, bis das eben kam mit sehr viel Leben und stellt Leben wieder her, wenn ihr blockt. Und dann habe ich geguckt, was es noch so gibt. Wenn das andere auch gut war, habe ich es genommen, wie das jetzt hier eben der Fall ist. Und hier drin ist Welle der Verurteilung mit Leitfähigkeit und Zeichen des Arcanisten. Das ist dieser Skill hier auf W, das ist das Zeichen, das heftet sich dann an einen Gegner, am Bossgegner und wirkt dann automatisch verlinkte Zauber. Eben hier die Welle der Verurteilung, die nochmal den Blitzwiderstand des Gegners reduziert und hier Leitfähigkeit der Fluch, der auch nochmal den Blitzwiderstand des Gegners reduziert, wodurch wir mehr Schaden machen. Im Helm ist Flammsport zusammen mit 2. Luft unser Bewegungs-Setup und der Blitzgolem und noch ein Chaosgolem. Wir gehen natürlich auf Golems. Beim Helm generell habe ich hier wieder nur einen Helm mit Leben und vielen Resistenzen. Ihr könnt natürlich euch noch einen Helm holen, der hat das umliegende Gegner minus 9% Blitzwiderstand haben, was auch nochmal ganz gut ist, aber das passt eigentlich auch. So, und in den Handschuhen ist der Flammsgolem drin, Schreitier und Sterblichkeit mit Zauber bei erlittenem Schaden. Unser Schutz-Setup, achtet darauf, das nicht zu hoch zu leveln. Zauber bei erlittenem Schaden auf Stufe 1, Schreitier und Sterblichkeit auf Stufe 3, damit das oft genug getriggert wird. Und hier noch ein Steingohlem für Lebensregeneration. Die Schuhe selbst, Leben, Bewegungsgeschwindigkeit und dann Widerstände, Attribute. Und wenn ihr dann noch irgendwie Geld habt, könnt ihr hier auch, wie ich, die 10% Chance bei kritischen Treffern schattenhaft zu erhalten. Draufkriegen, was sehr gutes Schattenhaft gibt uns auch nochmal Ausweichschance, beziehungsweise die Chance Treffern zu entgehen und auch nochmal Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn dann noch mehr Geld da ist, könnt ihr sogar noch Rückenwind auf diesen Schuhen finden, wenn wir kritisch treffen. Und Rückenwind macht uns auch nochmal schneller. Kostet natürlich eine Stange Geld. Beim Ring, wie gesagt, das ist hier astrale Projektion. Um diesen Ring geht es prinzipiell, wie ich das im ersten Video erklärt habe, damit wir Schocknummer eben hier von unserem Mauszeiger auswirken können. Und der andere Ring ist ein Ring mit löst mal das Assassinen aus, wenn wir einen einzigartigen Gegner treffen oder einen seltenen, wodurch wir nochmal bessere kritische Treffer-Chance gegen diese Gegner haben. Dann habe ich hier noch Fügt, Zaubern, Blitzschaden hinzu, was Gutes. Und ansonsten wollt ihr Leben, Widerstände, Attribute. Kritische Treffer-Chance und Kritische Treffer-Multiplikator geht natürlich auch noch auf Ring. Das wäre optimal. Und beim Amulett habe ich hier ein Amulett mit Multiplikator für kritische Treffer, Chaos-Widerstand, Leben und Plus Eins zur Stufe aller Intelligenz-Fertigkeiten-Gam. Es gibt auch noch Plus Eins zur Stufe aller Blitz-Fertigkeiten-Gam. Könnt theoretisch auch beides drauf kriegen. Das wird natürlich immer, immer teurer. Oder ihr nehmt wie immer bei diesen Golem-Bilds diese urzeitliche Kette. Die gibt euch nochmal drei Golems mehr. Dafür schwächt es die Golems ein bisschen, aber das ist uns ja egal. Wir nehmen die Golems ja nur für die Buffs. Und mit drei Golems mehr machen wir natürlich auch nochmal mehr Schaden. Wir kriegen Lebensregeneration, physische Schadensminderung, alles sowas. Also das geht natürlich auch. Ich brauchte aber das Leben und vor allem auch den Chaos-Widerstand. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und auch die Attribute tatsächlich. Aber diese urzeitliche Kette kann man immer nehmen, wenn man die Golems nimmt. Das ist immer gut. Kommt vom Schaden her auch ungefähr gleich. Und beim Gürtel einfach nur ein Gürtel mit Leben und Resistenzen. Ich habe natürlich jetzt hier schon einen sehr guten Gürtel, der uns einfach erstmal nur Leben generell gibt. Und dann nochmal erhöhtes maximales Leben und dann eben viele Widerstände. War ein relativ teurer, der Gürtel. Aber den kann ich eben jetzt auch in jedem Bild verwenden. Und hier drin ist nochmal irgendein Juwel mit Kritik-Treffer-Chance, globalen Multiplikator und ein bisschen Leben. Wunderbar. Bei dem Flashen eine Lebensflasche, die Immun gegen Blut macht. Achtet auf, dass das ein siedendes, göttliches Lebensflaschen ist. Beziehungsweise muss nicht göttlich sein. Es gibt noch eine Stufe höher. Aber es muss siedend sein, damit wir eben sofort Leben regenerieren. Das ist einfach so ein Notfallknopf. Da können wir ganz schnell die 1 drücken und dann haben wir ganz viel Leben wieder her. Und eben Immunität gegenüber Bluten. Dann hier Rumi's Machwerk. Gibt uns nochmal ordentlich Rüstung und nochmal extra Chance, Angriffsschaden als auch Zauberschaden zu blocken. Dann ein Diamant-Festchen für bessere Kritik-Treffer-Chance und Immun gegen Gift. Warum nicht? Kann man ruhig mal mitnehmen. Ein Quecksüber-Festchen für Bewegungsgeschwindigkeit. Und Immunität gegenüber Flüche, das ganz wichtig ist. Und wie immer Abgefüllter Glaube, die sehr teure Flasche, die nicht zwingend notwendig ist. Die uns aber auch nochmal mehr Schaden gibt. Ihr könnt statt Abgefüllter Glaube auch hier zum Beispiel der Weiße Eich nehmen. Wenn denn euer Blitzresistenz am höchsten ist, ist das bei mir der Fall. Bei mir ist es der Fall, ich könnte also auch diese Flasche nehmen. Dann werden wir auch nochmal mehr Schaden machen. Und wir kriegen weniger Schaden von den Elementen, bei der der Wierschaden am wenigsten ist. Wenn ihr es schafft, dass alle drei Elemente gleich auf sind, kriegt ihr sowohl die offensiven Boni als auch die defensiven Boni. Aber es ist natürlich etwas schwerer zu gewährleisten. Dann der passive Baum. Diese Ascendedz-Baum habe ich ja bereits erklärt. Ich bin jetzt doch nicht zum Cluster-Level gegangen. Das heißt, hier oben haben wir das wieder weggenommen. Ich bin hier weiter nach links gegangen, habe eben diese ganzen Blockpunkte mitgenommen mit Streifieb. Streifieb macht, dass unsere Blockchance verdoppelt wird. Dadurch kommt aber ein bisschen Schaden noch durch, wenn wir blocken. Normalerweise würde Blocken ja den Schaden komplett verhindern. Mit diesem Punkt haben wir doppelte Blockchance. Aber es kommt ein bisschen Schaden durch. Dadurch, dass wir aber unser Schild haben mit, wir regenerieren 5% des Lebens, wenn wir blocken, wollen wir natürlich aber auch eine hohe Blockchance haben. Und deswegen kommt hier Streifieb in Frage. Ansonsten gibt es natürlich hier nochmal ein paar Punkte mit Block. Und hier nochmal Leben und vorhin noch Kosten von Fertigkeiten, was ganz gut ist. Ansonsten hier einfach nur Leben und ein bisschen Schaden. Und hier drüben gilt prinzipiell das Gleiche. Hier würde jetzt noch der nächste Punkt hinkommen für noch ein bisschen mehr Leben. Dann haben wir auch 5500 Leben, was ganz gut ist. Wichtig ist hier noch dieser Intensitätspunkt, damit wir eine maximale Intensität noch haben. Bis zu 4 Intensität jetzt, wo wir dann noch mehr Single Target Schaden machen. Ansonsten hier einfach nur kritisch Treffer und ein paar Blockpunkte mitnehmen. Und hier unten auch nochmal kritisch Treffer und Leben. Also hier ist nichts Besonderes dabei. Hier gibt es nochmal ein bisschen Block, Mana und Mana Regeneration vor allem. Und eben hier ganz viel Bild. Man könnte überlegen, ob man das ja auch noch mitnimmt. Wenn man noch mehr schocken möchte, ist durchaus auch noch eine Überlegung wert. Geweiht ist dieser Punkt, Todesflüstern, damit können wir eben zwei Flüche anwenden. Das ist einmal Males Assassinen durch unseren Ring und eben Leitfähigkeit durch unser Zeichen des Arkanisten verlinkt. Dadurch haben wir eben zwei Flüche. Dann brauchen wir aber auch Todesflüstern. Das ist eben Geweiht auf unserem Amulett. Sehr teuer mit drei goldenen Ölen. Aber lohnt sich durchaus. Bei den Juwelen habe ich hier einmal Auge des Wächtersjuwels. Mit wieder durchdringendem Blitzwiderstand unter dem Einfluss von Zorn. Sorgt also auch nochmal für ein bisschen mehr Schaden. Dann haben wir hier den Animastein, der uns auch nochmal einen Golem dazugibt, sodass wir jetzt hier auf fünf Golems kommen. Von jedem einen. So kriegen wir eben auch alle Boni von den Golems. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Erhöhtes maximales Leben, Zaubergeschwindigkeit, kritische Trefferchance, Multiplikator für kritische Treffer, Zauberschaden. Alles sowas wollen wir eben auch auf Juwelen haben. Und natürlich ganz wichtig, falls jetzt beim letzten Video nicht erwähnt habe, ist hier Golemkommandant auch nochmal plus eins zur maximaler Anzahl an Golems. Soweit also zu diesem Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War mal wieder ein bisschen anstrengend, den Single-Target-Schaden daraus zu kitzeln. Aber er ist jetzt da. Ich habe damit, wie gesagt, auch jeden Boss soweit gemacht. Also die harten Maven-Fights, die habe ich ein bisschen ausgelassen. Aber Elder Shaper, Uber-Elder, alles ist down damit gegangen. War ein sehr lustiger Bild, aber es reicht dann auch. Der nächste Bild steht bereits in den Startlöchern. Abonniert den Kanal, um dieses Video dann nicht zu verpassen. Schaut mal auf Twitch dabei. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Was ist diese Video?